Ich bin der Christian aus Österreich und ich bin beschäftigt bei einer Firma, die sich mit hochwertigen Geschenksartikeln im Lebensmittel, also im Food- und Beverage-Bereich beschäftigt und diese in erster Linie an Firmen vertreibt und verkauft, die das wiederum an ihre Mitarbeiter, an ihre Kunden schenken. Ich habe das AMZ-Seller-System natürlich wie wahrscheinlich 90% der Leute durch YouTube gefunden, weil ich mich immer schon sehr für Amazon generell oder diese Vertriebswege interessiert habe und also generell auch ein bisschen ein Online-Freak bin und auch schon viele Coachings gemacht habe in Persönlichkeitsentwicklung, auch von sehr bekannten deutschen Namen, also ich bin ein bisschen ein Profi auf diesem Gebiet mit Coachings und habe mir dann mehrere Videos natürlich von verschiedenen Anbietern angeschaut auf YouTube und das AMZ-Seller-System-Coaching vor allem Butros und Kilian hat mich sehr überzeugt, weil sie sehr authentisch rübergekommen sind und mir das wirklich Sinn gemacht hat, was ich auch gesehen und gehört habe. Brutto seid, weil mich hat fasziniert auch seine Geschichte, muss ich dazu sagen, weil auch diese Offenheit bezüglich seiner Firma, also der ganze Werdegang, auch diese, da ich selbst sehr viel 20 Jahre lang im Ausland gelebt habe, also in Südamerika, weiß ich wie das ist, wenn man von einem Land ins andere kommt und mir hat einfach diese Story fasziniert von ihm und diese Hartnäckigkeit durchzuhalten und er bringt das einfach, man vertraut ihm einfach, wenn man es sieht. Ich habe mich entschieden, für Amazon zu verkaufen, weil ich anfangs den falschen Weg gegangen bin. Ich habe meinen eigenen Online-Shop, also mein Partner, der auch der Inhaber der Firma ist, wir haben das Ganze über den Online-E-Commerce, also über den eigenen Online-Shop aufgezogen und dabei extrem viel Geld verbrannt, weil es extrem schwierig ist heute, nicht unmöglich und es gibt sicher immer wieder Wege, aber Amazon ist halt einfach in erster Linie, weil da die Kunden schon da sind. Natürlich hat man mehr Konkurrenz, natürlich muss man da anders vorgehen wie im eigenen Shop, aber man hat den riesen Vorteil von der ganzen Abwicklung, wenn man das einmal durchschaut hat und das gelernt hat, weil das ist nämlich, viele Leute glauben, das ist so ein bisschen easy, weil ich habe das auch in meinem Umfeld sehr oft gehört, naja, da stellt man hin bei Amazon, da stellt man die Bilder rein und das geht ja schon los. Ganz so einfach ist es bei weitem nicht, aber wenn man es richtig macht und das dank dem Coaching dann auch lernen kann, dann ist die Chance, dass man seine Produkte verkauft, extrem groß, weil vor allem der Markt hier ist und die Leute bei Amazon sind, die Kunden. Ja, weil, Gesundheit, Amazon FBE war für mich einfach, weil eine eigene, nehme ich in Hinsicht, diese, erstens einmal genießt der Amazon extremes Vertrauen bei allen Kunden und das stimmt auch, auch ich bestelle sehr viel über Amazon, du bekommst es garantiert, das Kundenservice ist enorm und als Händler brauchst du dich da nicht um das Lager kümmern, sondern das wickelt alles Amazon für dich ab und du hast den Kopf frei, um das richtige Produkt zu kreieren, zu finden und dann auch zu platzieren. Meine größten Zweifel und die hören ja nie ganz 100% auf, die größten Zweifel, die man dabei hat, ist, wenn man sich damit zu beschäftigen beginnt, das muss man auch offen sagen, es ist nicht ganz so einfach, es ist sehr komplex, es sind viele kleine tausend Schritte, die man noch am Anfang gar nicht weiß, dass es die gibt, es ist Amazon natürlich jetzt keine Firma mehr, wo du jemanden dann anrufst bei Amazon und dann sagst du, hallo, ich habe da ein Problem, sondern du schreibst da immer einen Support, das dauert, bis du einmal schon gelistet bist, das ist am Anfang sicher eine Hürde, aber da zeigt es ja, ob man durchhaltet und da habe ich die meisten Zweifel gehabt. Mittlerweile, durch das Coaching kenne ich aber schon viele Schritte und die lösen sich dann mit der Zeit auf und eben, weil man auch sehr gut betreut wird. Das heutige Seminar habe ich, also aus meiner Sicht finde ich das Seminar extrem, extrem aufschlussreich, auch wenn ich natürlich viele Dinge schon kenne, weil ich ja schon bei dem Coaching dabei bin, aber es ist vor allem eines, es wird sehr menschlich rübergebracht, es wird nicht die große Show erzählt, es ist kein großes mit Riesen, was man so kennt, mit diesen Riesen-Showen, geklatsche und gehüpfe, das ist ja im Internet ja sehr verbreitet, sondern es ist in einem nicht allzu großen Rahmen, was ich sehr gut finde und man kann fragen und man hat auch Zugang eben zum Brutus und zum Kilian. Also ich würde dieses Coaching jedem empfehlen, der Produkte kreiert, Produkte machen möchte oder produziert, Hersteller, bei Amazon dieses Coaching zu machen, um dann auch richtig bei Amazon zu starten und um einfach viel Geld zu sparen, dass man, wenn man immer glaubt, man kann alles selber, weil viele Leute sind ja der Meinung, also ich kenne das ja in meinen Umkreis, naja, da schauen wir jetzt ein paar YouTube-Videe an. Also es gibt sehr viele, die sagen, das Geld gebe ich nicht aus, weil das lerne ich auf YouTube. Und da bin ich mittlerweile, weil ich ja viele Erfahrungen habe, finde ich das ein kompletter Schwachsinn, weil du im YouTube eben nur auf der Oberfläche erklärt wirst. Und man unterschätzt das, wenn man dann, wie welche Kleinigkeiten sind, die man dann durch das Coaching, indem man betreut wird und direkt fragen kann, und auch das Problem wesentlich schneller und vor allem, man effizienter gelöst wird und man sich Geld spart dabei. Ich würde, also ohne Bruttruss und Amazon, ich würde diesen Weg Amazon gar nicht gehen, ganz ehrlich. Ich hätte das auch wahrscheinlich, ich würde, das ist ja auch ein Riesenteil in unserer Firma, da wir ja auch im Handel tätig sind. Und ohne Bruttruss und der Coaching-Geschichte und Amazon würde ich das Thema gar nicht starten.